Das betriebliche Rechnungswesen beinhaltet alle Verfahren zur zahlenmäßigen Erfassung und Abbildung von betrieblichen Prozessen und umfasst die Dokumentationsfunktion, die Planungsfunktion sowie die Kontrollfunktion. Unter der Dokumentationsfunktion wird verstanden, dass alle im Unternehmen auftretenden Finanz- und auch leistungswirtschaftlichen Sachverhalte dokumentiert und auch systematisch erfasst werden. Und mit Hilfe dieser Dokumentation ist es dann in weiterer Folge möglich, die Vermögens-, die Finanz- und auch die Ertragslage des Unternehmens einzuschätzen. Darüber hinaus dient die Dokumentationsfunktion auch zur korrekten Berechnung von Gewinnausschüttungen, Vergütungen sowie der Steuern und dient dementsprechend dann in weiterer Folge eben auch als Zahlungsbemessungsfunktion. Gehen wir weiter zur Planungsfunktion. Im Rahmen der Planungsfunktion wird eine sachgerechte Planung durchgeführt, um dann in weiterer Folge betriebswirtschaftlich und auch fundierte Entscheidungen treffen zu gründen. Hierfür liefert das Rechnungswesen die notwendigen Informationen, welche als Basis für die zukünftigen Entscheidungen und die Planung dienen. Und zu guter Letzt gehört zu den Funktionen des Rechnungswesens dann auch noch die Kontrollfunktion. Und diese Kontrollfunktion dient vor allem zur nachträglichen Kontrolle der Planung und der gesteckten Ziele. Es wird also überprüft, ob die gesteckten Ziele erreicht, unterschritten oder dementsprechend auch übertroffen wurden.